Howdy, na? Wie geht's? Alles artig? Schön wieder Pokémon hier, oder wat? Ja, natürlich. Wir gehen jetzt wieder schön ins Feld. Und ich mag dieses System, dieses Spiel so gerne, dass ich hoffe, dass das häufig noch so umgesetzt wird. Ich weiß nicht. Irgendwie ist das eine gute Nummer. Es macht Spaß. Ja. Das ist halt Pokémon, ne? Mit Pokémon machst du eigentlich nichts falsch. Aber dieses Rundenbasierte war irgendwann ausgelutscht. Und gerade hier Diamant und Perl Remake, in Anführungszeichen Remake, das war ja irgendwo dann... Das hatte so ein bisschen den Duft eines Cash-Grabs. Finde ich. Und deswegen war die Zeit dann gekommen, etwas Neues auszuprobieren. Und das haben wir ja... Ey, das ist... Okay. Stinktier hat Bock. Gegen Ananasholt. So, wenn du möchtest, los geht's. Ich finde, Ananasholt ist auch so ein richtiger Florida-Man. So wie man sich das vorstellt. Florida-Man frisst Stinktier das Gesicht vom Kopf. Hm? Hm? So einer ist das. Und Florida-Man ist immer wieder der gleiche. Man müsste eigentlich mal ein richtig saftiges RPG-Megaspiel zu machen zu Florida-Man. Du spielst den Florida-Man. Und machst dann da deine Abenteuer. Hätte ich Bock zu. Vielleicht, wenn ich irgendwann mal 40 Jahre Zeit habe, dann mach ich das. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist relativ gering. So, sieht er mich? Ne. Ach, natürlich. Dann rollt er wieder durch die Gegend. Und dann im letzten Moment sieht er mich natürlich. Ja. Schiebung. Egal. Du machst das jetzt hier, Digga. Los, Jolle-Paf. Jolle-Paf-Paf-Paf. Bang! Jolle-Paf ist der MVP. Der hat's gerissen. Level-Aufstieg. Attacke gemeistert von Smithers. Das bedeutet, wir können jetzt den, äh, diese Flugklinge oder wie auch immer das heißen mag. Keine Ahnung. Ich hab's nicht mehr auf dem Kopf. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich hab's nicht gemerkt. Tut mir leid. Verklagt mich. Ich weiß es nicht mehr. Windklinge oder was auch immer das heißt. Ja, das können wir jetzt gemeistert haben. Und dann geht's weiter. Damit geht's dann doch gut los. Ja. Das können wir dann gut machen. So, dann gibt's jetzt die Aquaville. Zack. Wir haben Kleinstein besiegt. Ja, Kleinstein, Kazoo, so nix. Oh, da ist noch ein Georock. Und Georock hat Bock. Das reimt sich. Und deswegen stimmt das. Alles, was sich reimt, stimmt. Ist er nicht gewusst? Ja, doch. Man kann, wenn man reimt, kann man keine Lügen erzählen. Das geht nicht. Tja. Jolle-Paf wieder Level-Up. Neue Attacke für Ananoshals. Da müssen wir demnächst mal reingucken. Hoffen wir mal, dass da eine coole Attacke ist. Oh. Da, das Tangela. Da hat er mich nicht gesehen. Ja. Easy. Oh, oh, oh. Jetzt aber. Jetzt wird's wild. Egal. Dafür haben wir ja unseren Smithers. Der macht's. Smithers ist doch ein guter. Jetzt mit Luftschnitt. Guck, da kann ich jetzt kraftmäßig rein meddeln. Oder ich mach das mit Tempo. Tempotechnik. Wüms. Luftschnitt. Genau, das ist das, was ich sagen wollte. Ich hatte bis hin gehofft, dass ich mit Tempo-Angriffen es so hinkriege, dass der nicht so viel Schaden macht. Turns out, das war ein Trugschluss. Hm. Aha. Die Venusfliegenfalle hat Bock. Alle haben Bock. Bock, Bock, Bock. Wenn ich hier den Luftschnitt einsetze, sollte das doch eigentlich direkt laufen. Bei den Venufliebes ist es so, dass wir von denen viele auch noch besiegen müssen. Das stimmt. Und ich freu mich auf den Moment, dass wir eine Attacke haben, mit der wir mehrere gleichzeitig angreifen können. Das ist ja auch manchmal dann vonnöten. Oh, Mann. Das hab ich nicht gesehen. Ich bin schon so weit weg, dass die Musik ganz leise wird. Belastend. Egal. Burmi besiegt. Mit Attacke vom Pflug... Pflug... Typ Pflug besiegt. So. Da wird ein Schuh draus. Ich kann gar nicht mehr sprechen. Ah ja. So, das machen wir auch. Hier ein bisschen Holz mitnehmen. Holz. Fünf Aprikoko sind eine gute Nummer. Das bedeutet, dass wir bald wieder gut Pokébälle bauen können. Die sind ja auch ein bisschen teuer. Aber nichtsdestotrotz hab ich das Gefühl, dass wir auch mittlerweile relativ gut Geld kriegen. Durch unsere Angriffe hier. Und insbesondere durch die Pokémon, die wir fangen. Das Schöne ist ja, dass wir mit allem Fortschritt machen. Man kann ja kaum in diesem Spiel was machen, was nicht irgendwo belohnt wird. Finde ich schön. Obwohl, da hab ich nicht richtig getroffen. Egal. So, das Tangela fangen wir mal. Ich hoffe es mal zumindest. Bäm. Hitshot. Dieser Schlag in den Nacken des Grauens. Oh, zu weit weg. Ja, er fragt sich noch, was passiert. Und währenddessen hab ich ihn schon mitgenommen. Exemplare gefangen, ohne entdeckt zu werden. Okay. Gefällt mir. Vielleicht haben wir ja das Glück und können Smithers heute noch entwickeln. Wenn er denn das tut, was wir ihm sagen. Oh, ein Kinoso. Das ist doch schön. Er setzt Tackle ein. Hm. Können wir den einfach mal so fangen? Ich glaube, wenn wir den angreifen, dann hat sich das mit ihm relativ schnell erledigt. Deswegen nehmen wir jetzt mal so den Pokéball hier. Zack. Boing. Also ich finde gerade spielerisch ist dieses Pokémon-Spiel sehr gut. Es sieht zwar optisch aus wie, ne? Ja, müssen wir nicht drüber reden. Aber spielerisch. Alleine, dass wir den freilassen und dafür noch so einen Leistungssand und sowas zu kriegen. Das ist cool. Man hat immer was zu tun. Ach, Taschen sind voll. Ja, das ist nicht cool. Das kostet ja auch immer ein Schweinegeld, sich die Taschen zu erweitern. Und je weiter man im Spiel fortschreitet, desto mehr... Oh, ich gehe mal ganz vorsichtig hier, ohne zu rutschen, runter. Desto mehr verschiedenste Gegenstände gibt es ja. Ist das der Ort, wo ich wirklich hin muss? Ich habe gerade nicht auf die Karte geguckt. Oh, Matti. Und? Was ist mit Ursa Luna? Ähm... Ich konnte ihm helfen. Ja. Ich danke dir. Aber wie hast du mich überhaupt gefunden? Ähm... Ich bin hier einfach nur so rumgelaufen und dann... Ursa Luna ist dem Geruch der Kartoffelmochi gefolgt, die ich gegessen habe. Unglaublich. Es muss tatsächlich der Nachfahrer eines Pokémon sein, dem die Macht des ehrwürdigen Sinnoh zuteil wurde. Ich bin hier, weil nur ein Pokémon hat mich verfolgt und ich habe ihm bei der Flucht den Fuß verstaucht. Vielleicht geschieht mir das nur recht. Ja, bist du ja. Hinato war dein Name, ja? Wie? Wächterin Yugao hier? Also, äh... Also, ich habe... Naja, ich möchte mich bei dir entschuldigen. Ich hielt dich für eine kleine Göre des Diamant-Clans. Es tut mir leid, wie ich dich beim letzten Mal behandelt habe. Was aber ich... Es ist weder deine Schuld, dass Dressella in Rage gerät, noch dass Ursa Luna herumwütete. Im Gegenteil, du wolltest den beiden helfen. Dennoch wollte ich mir nicht anhören, was du zu sagen hattest. Was nützt dir schon eine ganze Lebenserfahrung, wenn ich mich so verhalte? Das ist eine gute Frage. Immer freundlich sein, das ist wichtig im Leben. Es gibt unterschiedliche Lebensentwürfe und die müssen wir alle respektieren. Nein, es ist meine Schuld, dass ich mein Anliegen nicht richtig erklären konnte. Ursa Luna hatte sich dem in Rage geratenen Dressella genährt und ist wohl durch dessen Duft außer Kontrolle geraten. Bestehe, der Puder, der an Ursa Luna klebte, stammte also von Dressella. Und was mit deinem Fuß passiert? Als ich Zutaten für Ruhegaben gesammelt habe, bin ich gestürzt und habe mir den Fuß verstaucht. Ich wollte die Galaktik-Expedition wegen Ursa Luna um Hilfe bitten, daher habe ich Jubeldorf besucht. Außerdem hat es mich interessiert, wie die Leute dort Items herstellen. Aber dann erzählte mir Professor Lavendt von den Ruhegaben. Also habe ich mich auf die Suche nach den Speisen gemacht, die Dressella gerne isst, um selbst welche herzustellen. Das Wissen der Galaktik-Expedition ist wirklich beeindruckend. Ich würde gerne noch viel mehr lernen. Zuerst einmal müssen wir zusehen, dass sich die Lage beruhigt. Wo kommst du denn jetzt her? Die Arme! Hast du etwa so wenig Vertrauen in mich, dass du alles im Alleingang lösen wolltest? Ah, wahrscheinlich ist auf mich als Oma Haupt die Wirklichkeit verlassen. Schließlich ist mir das ehrwürdige Sinn noch noch nie erschienen. Und die Situation mit Dressella hätte ich mir auch nicht im Traum vorstellen können. Hör zu, Metti! Ich bringe die Ruhegaben, die Hinatsu hergestellt hat, zum Bühnenkampffeld. Dort treffen wir uns. Mach dir keine Sorgen, Metti wird Dressella ganz sicher beruhigen und da ist alles wieder in Ordnung. Metti, begib dich zur Ruhegaben von Dressella, dem Bühnenkampffeld. Um Hinatsu kümmere ich mich, ich werde sie mit meinem Partner Bidifaz sicher begleiten. Alter, stell mal vor, du bist einmal diejenige, die Biber-Pokémon als Partner hat, wäre ich dabei. Alle anderen, oh, ich bin Legendary Spammer. Es gibt so einen auf YouTube, den finde ich sehr lustig, aber ich weiß nicht, wie der heißt. Ich kriege seine Videos oder ihre Videos, keine Ahnung, welches geschlechtert ist, weil man hört auch niemals eine Stimme da drin. Der oder die kämpft immer im Pokémon Online so gegen Legendary Spammer und haut die dann mit so einem Dummisel kaputt oder so, ganz lustig. Bidifaz. Ihr seid alle so gut zu mir. Um Hinatsu kümmere ich mich, ich werde sie mit meinem Bidifaz sicher begleiten. Jo. Onyx ist am Start, den holen wir doch. Okay, jetzt müssen wir hier ein bisschen Splinter Cell spielen. Sonst kriegen mich die Stinktiere. Bam, in die Rosette gemettelt. Ach, guck an, Onyx ist natürlich auf Krawall. Wie er da rumschwänzelt. Eigentlich müsste er im Regen jetzt zugrunde gehen. Finde ich auch so geil. Im ersten Pokémon da in der Serie, wie man als erstes Mal gegen Onyx da kämpfen, wo Ash da gegen Onyx kämpfen musste und voll kassiert hat. Aber im Endeffekt ist Onyx voll die Wurst und kann gar nichts. Selbst die Pokémon-Karten von Onyx sind gar nichts. Es ist eigentlich so eine Riesenschlange, aber im Endeffekt, nee. Hat jemand von euch mal unironisch einen Onyx benutzt? Nee, oder? Kann der was? Jetzt kommen bestimmt irgendwelche Pokémon-Profis, die dann auch so Legendary-Spammer töten, mit einem Onyx. Die sagen dann, ja, ich kann das. Ich bin gut. Ich vernichte Onyx. Kinderspiel. So, jetzt aufpassen. Wenn er unsichtbar ist. Ach so, der teleportiert sich, ja. Okay. Vorsichtig, vorsichtig. Nein. Bitte nicht mich finden. Jo, sehr gut. Die Erfahrungspunkte, die es da gibt, die sind sehr, sehr generös. Jo. Oh, nein! Zu weit weg. Jetzt. Oh! Dieser kleine Herzinfarkt, den man immer wieder hat. Sudden Falling Sensation. Och, Mann! Ja, wie willst du das denn machen, wenn das immer zu weit weg ist? Wenn ich näher dran bin, dann findet er mich. Guck, jetzt. Nee. Doch nicht. Och, Leute. Hier. Jetzt aber bitte. Komm, komm, komm. Ausrufezeichen über dem Kopf ist nichts Gutes. Ich gehe hier erstmal schön durch den Sumpf. Und werfe da oben den Smithers hin. Da wackelt nämlich hier so ein Steinchen. Und das bedeutet Ärger. Da ist ein Kleinstein. Oben auf dem Plateau. Wie so ein Anime-Endkampf jetzt, die beiden. Komm, Laubklinge. Bissch. Bissch. Bang! Okay. Ich glaube, hier ist es ein wenig gefährlich. Nichtsdestotrotz. Wie mir das ganze Spiel auch immer sagt. Nicht eingetragene, nicht bearbeitete Aufgaben 17. Das ist wie im echten Leben. Einfach immer wieder gesagt kriegen. Nee. Oh mein Gott. Ja, jetzt teleportiert er sich doch wieder, ne? Oh, ich werfe hier immer die ganze Zeit Pokebälle in den Sinn. Nee. Tut mir leid. Nee. Ich steige auf den Bären und hau ab. Beziehungsweise, ich komme wieder, indem ich hier ein bisschen, ne? So. Dann haltet ihr ihn davon. Entwickeln. Ja. Na, nur Smithers entwickelt sich. Mit Ansagen. Na, 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 na. Darauf haben wir doch alle gewartet. Freunde der Nacht. Das ist es doch. Smithers. Die Entwicklung kommt. Was ist das denn? Das ist, what? Das sieht doch eigentlich anders. Das hat der eigentlich. Also Robin Hood, hör mal. Ich hab Pokemon, ich hab das gespielt. Das sieht anders aus. Das ist grün eigentlich. Schwarz, grün. Und jetzt so rot. Das ist wahrscheinlich die antike Version davon. Er ist jetzt eher so nicht mehr Bogenschütze, sondern Samurai. Kann das sein? Deswegen auch die ganzen Klingenangriffe und nicht die Bogenangriffe. Ja. Deswegen heißt er ja auch Silvarro. Weil Silvarro ist... Das ist, also... Ihr wisst schon. Silvar wie der Wald. Und Arrow. Wie im Englischen Arrow. Das Schwert. Hm. Man weiß es. Genau das ist es. Wahrscheinlich hat der Pokédex gar keine Erklärung für mich, aber ich guck trotzdem mal rein. Ne. Erklärung nicht vorhanden. Okay, Smithers. Dann guck mal. Lass mal den Jollepuff das hier machen. Jollepiffpuff. Der Mäuzer Jollepuff. Der Großmeister. Das mächtige Antorn. Bang. Wird Antorn eigentlich Wasserpsycho? Irgendwie ist mir so im Kopf geblieben, dass der das nicht ist. Alle anderen sind cool, nur er nicht. Kann ja sein. Das ist ein riesengolbert. Stell dir mal vor. Es gibt so riesige Fledermäuse, die auch Bock auf dein Blut haben. Boah. Super gruselig. Ah, ich muss unbedingt wieder von diesen anderen Bällen welche bauen. Alleine, damit wir die höhere Reichweite haben. Das ist so immens wichtig. Wir gehen das ja hier nicht weiter. Wenn wir hier immer in den Nahkampf gezwungen werden. Und so ein Jollepuff, der es einfach auch nicht reißt hier. Guck, der ist viel zu schwach dafür. Die Hypnose macht es jetzt. Jollepuff wird schläfrig. Ach, der schläft nicht direkt, sondern wird nur ein bisschen schläfrig. Hypnose haben sie auch richtig hart weggenervt. Erste Generation konnte man da schön im Stunlock gehalten werden, aber mittlerweile nie mehr. Hypnose und Traumfresser. War übrigens eine Kombo, die einfach nie funktioniert hat. Ja. Ist auch schade, dass das Psycho war. Erste Pokémon Generation war in vielerlei Hinsicht irgendwie merkwürdig. Machen wir uns nichts vor. Ist genau das. So. Titanus schafft es auch nicht. Priputium wird es auch nicht packen. Deswegen werden wir mal die Verbrecherin einsetzen müssen. Die ja immer dann kommt, wenn alle anderen es nicht mehr reißen. Na, und sie reißt es selber auch nicht. Ich drücke jetzt so lange A, bis ich gewonnen habe. Klassische Pokémon-Strategie. So, jetzt aber. Ähm. Da ist der, die Fledermaus gerissen worden. Alle Level Aufstieg. Und neue Attacke. Toll. Ich finde es zu gefährlich. Ich gehe jetzt nochmal zurück zur Ödnis-Basis. Und ruhe mich mal aus. Dann machen wir beim nächsten Mal locker weiter. Ja, nur kurz. So viel Zeit ist nicht. Aber man könnte sich jetzt nochmal überlegen, ob ich ein paar Poké-Bälle crafte. Hier. Oder habe ich noch was Besseres? Kann ich das noch machen? Ja, guck an. 23 von denen. Die finde ich cool. Super Bälle. Ja. Aprikoko haben wir einfach ganz wenig nur. Ich glaube, die kann ich auch anbauen. Werden wir demnächst mal rausfinden. Wir speichern jetzt erstmal. Und dann haben wir es. Ihr Süßbären. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschü, tschü, tschü.